Was ist denn das? Alter! Hä? Ne, muss ich nicht verstehen. Die Medizion habe ich vorher. Falsch, da war das. Du, 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 du! Ich wollte ihn gerade retten! Wer schießt hier noch? Ich hoffe nicht auf die... AUTOMO HALLE! Oh nein, wo ist er hin? Unschrecklich. WUUUU! Klicke! Komm aus, wir sehen feiner neutralisieren. Klingt aber auch ein bisschen spät. Hä? Da stand mit dem Drücken? Zu der Waffe und schießt. Alles klar. Danke. Wenn wir das nächste Mal einen trinken gehen, zahle ich. Glaub mir mal, Freund. Das wird teuer. Redtail, der Rettungshubschrauber ist eingetroffen. Ich wiederhole. Das Evakuierungsteam ist eingetroffen. Machen Sie sich auf den Weg die feindlichen Truppen in Rückenrush vor. Hä? Kommst du? Oh. Ich Idiot. Ups. Ja, man darf seine eigenen Leute nicht erschießen. Das steht schon noch fest. Oh, ne. Warte, ich bin am Nachhinein. Bring auf. Okay. Danke. Wenn wir das nächste Mal einen trinken gehen, zahle ich. Redtail, der Rettungshubschrauber ist eingetroffen. Ich wiederhole. Das Evakuierungsteam ist eingetroffen. Machen Sie sich auf den Weg die feindlichen Truppen in Rückenrush vor. Weißt du, jetzt darf ich den sicherlich beschützen. Kommst du mit, du Apfel? Achso. Jetzt muss ich mich befähigen, wie die Geisten. Kann ich mir jetzt sagen, stopp oder komm mit. Oh mein Gott, ich fach sie alle wieder. Über die. Ich bleibe... Na, wisse ist es, wenn du da bleibst. Ja, ich werde tun, was sie sagen. Ja, dann komm mal. Apfel. Ich gehe keinen Schritt weiter. Genau. Du bist ein Apfel, komm jetzt. Ich gehe keinen Schritt weiter. Warum nicht? Ja, ich werde tun, was sie sagen. Ja, komm jetzt. Okay. Gute Arbeit, Redtail. Evakuierungsteam. Allessa, bring the eyes. Mission Nummer 1, erfolgreich beendet. Ja, eine kurze Einführung, sagen wir mal so. Wie lange ich mir gespielt. Lass ich so so unterfangen. Okay. Da sie unser einziger Agent am Boden sind, müssen sie das Lager infiltrieren und die deutschen Geiseln orten. Sobald sie deren Position per Funk gemeldet haben, wird Anwendungseinheit 1 mit dem Sturmangriff beginnen. Greifen sie den Gegner auf keinen Fall vorher an, sonst wird das Leben der Geiseln unnötig gefährdet. So, ich weiß, weswegen wir hier uns reinschleichen müssen. Okay, komm ich den Zahnar oder brenn hier längst an Wetterbach. Sobald sie den Zahnar oder brenn hier sind, muss ich den Zahnar oder brenn hier sein. Da sind sie. Da sind auch welche. Und längst hier hoch. Ich weiß aber gerade nicht mehr hoch. Ach so. Ja, okay. Bestätigt! Position der Geiseln geprüft! Sturmangriff wird eingeleitet! Halt hier nicht! Und auf! Einer unserer Wettbewerber! Kommen wir! Wir kriegen gleich alles in die Luft! Schnell, schnell! Ja, ja, gut! Neue Piste bekommen! Ich glaube, das ist die 5-7! Scheiße! Hier ist alles verliebt! Haltet eure Augen offen und achtet auf Sturm verdrängt! Achtung! Die Brände lösen Sprengstofffallen aus dem ganzen Gelände aus! Fuck! Wollt gucken, ob die... Ich war mal meiner Meinung, die piepen erst und dann gehen sie hoch! Fuck! Womit ich sie nicht kann! Boah, nee! Da sie unser einziger Agent am Boden sind, müssen sie das Lager infiltrieren und die deutschen Geiseln orten! Sobald sie deren Position per Funk gemeldet haben, wird Anwendungseinheit 1 mit dem Sturmangriff beginnen! Greifen sie den Gegner auf keinen Fall vorher an, sonst wird das Leben der Geiseln unnötig gefährdet! So! So! Position der Geiseln aus dem Ganzen! So! 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 Später wird es wohl viel Russisch zu sein, soviel ich weiß! Ja! Geiselhaar geordnet! Verstetigt. Position der Geiseln geprüft. Sturmangriff wird eingeleitet. Verdammt! Einer unserer Männer liegt am Boden. Vereil dich! Hier fliegt gleich alles in den Hör. Schnell, schnell! Nicht durchschießen. Ups. Auf Entfernung drücken! Scheiße! Hier ist alles vermint! Augen auf! Anzug auf! Stolper drücken! Stolper kommt die. Ich habe jetzt alles gemacht. Alles klar. Also können sie doch kaputt schießen. Achtung! Die Brände lösen Sprengstofffallen auf dem ganzen Gelände aus. Ja, ich habe mich gut. Wie geil. Die Autos sind weg. Scheiße! Das gibt's doch nicht. Sei jetzt nicht wieder von vorne. Ach, leck mich doch. Ach, leck mich doch. Da sie unser einziger Agent am Boden sind, müssen sie das Lager infiltrieren und die deutschen Geiseln orten. Sobald sie deren Position per Funk gemeldet haben, wird Anwendungseinheit 1 mit dem Sturmangriff beginnen. Greifen sie den Gegner auf keinen Fall vorher an. Sonst wird das Leben der Geiseln vorhanden. Ja, ja, ja. Jetzt dürfte ich das nochmal sehen. Diesmal versuche ich das noch ein bisschen ruhiger zu spielen. Wie rann ich da blind durch? Irgendwo muss ja hier so ein Checkpoint oder sowas sein. Ich habe keine Ahnung. Bestätigt! Position der Geiseln geprüft! Sturmangriff wird eingeleitet! Verdammt! Einer unserer Männer liegt am Boden! Vereil dich! Hier fliegt gleich alles in die Luft! Schnell, schnell in die Luft! Nimm alles! Scheiße! Das ist alles vermied! Haltet eure Augen offen und nachdenken! Volker Drähte! Nicht wahr! Das ist schon kaputt! Achso, er selber ist da reingeraten. Achtung! Die Brände lösen Sprengstoff! Diesen Bug finde ich so gezwungen. Wo ist er? Zu nicht, mein Freund! Gesichert! Ruhig bleiben! Wie jemand hat auf mich gezählt? Hä? Bestätigt! Das Ding könnte man doch auch machen! Achso! Wir bleiben hier und beschützen die Geiseln! Ihr geht vor und bahnt uns einen Weg zu den Docks! Habe ich da mal an? Okay! Gelände untersuchen! Ich bin hier! Ach so! Ich bin hier! Naaah! Ich benutze die Aume von den Kanten! Ich bin hier richtig gut! Ich bin hier ganz schön! Ich bin hier! Ich bin hier! Und wir schützen die Geiseln! Ihr geht vor und bahnt uns einen Weg zu den Docks! Öl! Immer alles muss ich machen! Aaaaaaah Nicht mal bleibst du hier im Atem E? E? Was? Alter, nicht verarsch ich den was da müssen Schieß, schieß, schieß So, ho